Roberto Prozzo ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und aktueller Trainer. Roberto Prozzo spielte in seiner Profikarriere für den CFC Genua, die Asrom und die AC Florenz. Seine größten Erfolge feierte er mit der Asrom, mit dem er einmal Meister in der Serie A wurde. Viermal die Coppa Italia gewinnen konnte und auch das Finale im Europacup der Meister erreichte. Dieses ging aber gegen FC Liverpool im Elfmeterschießen verloren, nach 120 Minuten hatte es 1 zu 1 gestanden, das Tor der Römer hatte Prozzo erzielt. Prozzo hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil an diesen Erfolgen und wurde dreimal italienischer Torschützenkönig. Insgesamt erzielte er in der Serie A 133 Tore, 106 für Asrom und 27 für Genua. In der italienischen Nationalmannschaft kam er aber nur sechsmal zum Einsatz und blieb dabei ohne Torerfolg. Im Film Keiner haut wie Don Camillo spielte er einen Fußballer. Erfolge Mit seinen Vereinen italienischer Pokalsieger 1979-80, 1981-81, 1983-84, 1985-86, italienischer Meister 1982-83, individuelle Erfolge Torschützenkönig der Coppa Italia 1979-80, 1979-80, still Interessantik, cher 밟ort in der Serie A 156, so drei in der Serie A 156, so drei in der Serie A 166, so drei in der Serie A 166, so drei